Nicht vergessen Kleiner, alle Zombie-Huren-Söhne killen. Feuer frei! Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verretten. Du hast einen Bomben, oder? Wie ist das hier? Ja, ich hab nur Warbomben. Das ist halt, okay, okay. Geh, geh, geh! Re-load! Oh, das kann ja auch nicht so gut sein. Das war geil. Das ist Geräusch, ne? Da ist ein Hunter! Mit dem Messer wieder, oder mit dem Schweren? Er messert hier echt alles, ne? Wir müssen weiter rennen, ich denke, hier kommen unendlich viele. Runter geschnetzelt das Vieh. Ja, erst wenn man mit rufkommt. Was? Ach, ich verteidige wieder meine... Da ist er! Der Typ mit seinem Midi-Pack auf dem Rücken. Habe ich schon Gefühl. Ja, da ist ein Mehrwert auf dem Rücken. Ja, ich glaube auch, das ist bestimmt eine kleine Klasse. Wollen wir weiter? Nee, jetzt da oben gefallen. Wollen wir anmerken, dass ich hier ganz genau das wollte ich anmerken. Leute! Ja! Fuck, man! Scheiße! Du, kommst du jetzt zurück auf dem Rücken! Moses rum! Tja. esser! Du, kommst du jetzt nicht hin! Ah, f***! Okay, lass, ich stehe hoch. Oh Gott! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Kommst du? Ja... Ey Schwester, ich hab noch vier Leben, man! Komm, komm hier rein! Born ist sauber erstmal. Hm, dann jetzt möglichst schnell durchrobben. Einer guckt hinten. Ich guck hinten, ich bin eh sau langsam. Ja, f***! Ja, f***! Ja, immer weiter! Hunter! Hunter! Ja, f***, 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 f***! Hilfe! Da kommt ne neue Reise! Nein! Nein! Jetzt, hau rein! Oh Gott, hier ist noch... Äh, Cha-Cha! Ey, ein Jockey! Oh mein Gott, Alter! Boah, scheiße! Geh mal weiter! Geh mal weiter! Nooo, da f*** dann nicht! Nooo! Das ist klar, das ist immer eine AK! Ja! Hier sind Medipack! Ja! Oh! Boomer, Boomer, Boomer! Lass hier in der Ecke bleiben! Ah, die kommt von hinten! Ah, wo wollen wir hin? Wo wollen wir hin? Hier! Oh, mich hat ein Hunter! Scheiße, ich bin nicht da! Ich hab hier einen Ernst von Lund? Ich weiß nicht, ich hab nur ne Pistole! Ah, verstehe! Wo ist denn dieser verschissende Schütze? Da kommt noch mehr! Und hoch, 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 hoch! Warte, warte, warte! Ich muss... Oh Gott, Leute! Hinter mir! Ja, hoch! Hier ist der Schutzraum! Ich bin der Erbe langsam... Warte, 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 warte! Ist ja nicht so, dass ich mir Zeit lassen würde! Sieht aber so aus! Alte Schwede! Hey, Roschel! Klar! Siehste! Hier, mit nem Schwert, ne? Scheiße, ey! Er labbert immer noch... Er labbert immer noch... Wer ist denn labbert, er denn? Ich hab keine Ahnung, irgendwas über Sushi und Geld verdienen... Der Typ ist sowieso sehr kommunikativ... Ach! Ich schieß sie auf unsere Verbündeten oder was das ist! Guck mal! Du hast es geschafft! Woher gehst du? Ich bin viel! Ja, der hat sich auch gefallen! Ja, der hat sich auch gefallen! Hey, ihr Leute, willst du mit uns kommen? Ja, ich lege voll rum! Jetzt geht's mir! Mal gucken, ob er sich... Ja, ich hab' eben schon noch nie geschossen! Ich hab' eben schon noch nie geschossen, dass... Ich dachte, dass wär' ich Zombies! Ich hab' eben schon noch nie geschossen, dass... Ich dachte, dass wär' ich Zombies! Jaaaa... Gönn mich mal, Alter! Ey, guck mal, wo wir sind! Ah, Autotank! Ja, ich weiß! Äh, fängt ihr das jetzt ja so? Ja, aber... Jetzt wieder genau an der Stelle! Ja, da waren wir eben auch schon! Mit dem Auto! Ey, hier ist er! Hey, jetzt komm mal her! Hier liegst du! Oh, was ist das denn? Oh, yo, hier ist Phil! Hinter dir! Ja! Ey, die sinkt das bei euch auch noch so'n bisschen rum! Ja, ein bisschen noch runter! Ey, ich schmeiß' die in der Mitte mal runter, ne? Ja, ich sammle die dann gleich auf! Ah, ich mach' schon! Was, was, wo müssen wir denn? Ach, in den... Gleiche Scheiße hier wieder, ne? Weißt du noch, wie lange wir da dran gesessen haben? Ja! Wie sollte ich das vergessen? Alter! So, ihr zählt auch nicht! Kein Wunsch! Hehehehe! Ey, gab halt geil! Die helfen uns! Was ist das denn? I got this one! Oh, oh! Hey! Ah! Auf mir sitzt ein Jockey! Ja, das könnte jetzt schwierig werden! Alter! Ich dachte, Jony wäre bei mir! Ne, ich bin weiter gelaufen, weil Schrocker gemacht ist! Aaaaah! Keine Sorge jetzt! Ich hab ihn! Hehehehe! Help, help! ALB! EIPER!! Warte dann bleibt bei mir dann komm Jaaa Und Tank Wo? Hinter mir Laufen wir in die Runde zu Hause Oh Gott Oh Gott Ich schieße von da oben mit, ne? Also mit einer richtig fette Ha! Wuschein Here we go Dass sie hier auch so weit verteilt liegen, ne? Ja Oh Gott Das klingt gar nicht gut Ne Ah, hier Oh, jetzt hat ein Boomer vollgekotzt Haha Wie unangenehm Alter, ey Das kann auch nicht wahr sein Du kannst auf alle schießen, was... Außer auf uns Und auf ihn da oben Und auf den Tank Ey Das... Das nimmt sich überhaupt nichts allein Da kommt ein Johnnie Ja, Jens, ich gelebier dann jetzt Ja, das wird so nix Das ist eine Handel Noch ein Handel Ich hab ein Problem Oh Gott, 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 Gaiadescu Bring ein paar Freunde mit. Nein, ich hoffe, sie sitzen da. Alles gut. Oh Gott, hier ist ein Charter. Vielleicht fahren wir gleich wieder mit dem geilen Auto, ey. Ich glaube, wir machen nur Licht an. Ach ja, stimmt. Alter. Ich habe einen. 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 Okay, O-Tank. Nein. Zwei. O-Tank. Laut? Kommt wieder einer mit? Ja. Sehr gut, Waldfredi. Dass ich gut bin, brauchst du mir nicht sagen. Ja, ich weiß, wäre gelogen. Ja, ich habe dich auch lieb. Ach ja, wir haben jemanden an unserer Seite. Na gut, vielleicht sollte man den Hunter töten. So, das ist ein Hunter. Hunter kommt zu euch. Hey, bei mir. Scheiße, das wird in. Ja, ich habe einen. Ach, hat er schon mit. Ich habe ihn. Oh Gott, das ist ein Hunter. Oh Gott, das ist ein Hunter. Das ist ein Hunter. Das ist ein Hunter. Ähm. Ja. Verleb mich mal gleich wieder. Ja, das ist ein Hunter. 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 Ich habe das. Ah, wir haben's recht. Ach, du schaust. Was machte Rochelle eigentlich Dreads? Wer hat Dreads? Rochelle? Rochelle? Oh, Entschuldigung. Ja, das ist Rochelle, Alter. Nee, die hat einfach nur sehr schlecht animierte Haare. Okay. Wohl. Hier sind die Dreads. Keine Ahnung. Scheiße, ist irgendwo ein Tank. Ja, sonst müssen wir... War hinter mir! Können wir Yonis Medipack nehmen. Ja, mach. Äh, bei dem Generator, da liegen auch noch zwei, ne? Ja. Oh, ich hab den Dreads getankt. Ja, das ist ein Tank. Ja, ich hab den Dreads getankt. Ja, das ist ein Tank. Ja, das ist gut. Okay, wir gehen jetzt. Ich hab den. Hey, mach den. Äh, sehr gut. Macht euch da oben mal nützlich. Äh, dort schon. Ja, genau. Da oben ist der Brücke. War ein Spooker. Die Brücke senkt sich. Das kennen wir doch irgendwoher. Da steht ein Auto. Ja. Ah, das ist unser Auto. Damit kommt man, wenn du nicht weiterfährst. Da senkt die Brücke sich wirklich doch her. War nicht für den Benzin drin, ne? Ohne Scheiß, wir müssen bestimmt noch mal was machen, damit das passiert, ey. Da ist ein T- oder? Nee. Okay, los, los, los. Go, go, go. Nell, zum Rettungsfahrzeug. Onkel Roche. Da steht Jocke. Okay, jetzt waren wir mit dem weg, ey. Hangelträger. Ich hab schon wieder das Ding nicht gekriegt. Ich wollte gerade sagen, schon wieder. Leck mich doch mal. Das ist ein guter Ding. Ja, Überlebende. Waldfried. Eine Stunde für die Kampagne. Ach, mal außer Gefecht. Drei. Die meisten Schmerzmittel genommen. Ja. Immerhin. Bauerhaft Rohrbomben. Zwei in Freak Zone. Nachkampfkills. Hannemilien. Geil. Aber guck mal, Hunter hab ich am meisten getötet. Boomer hab ich am meisten getötet. Charger hab ich am meisten getötet. Guck mal auf gewöhnliche Infizierte. Hat getötet. Ich hab die meisten Verbündeten getroffen. Yay, wer hätt's gedacht. Glaub ich kein Info insgesamt. Ich glaub, bleib bei meiner 20%-Genauigkeit. Okay, wir haben alle 9%. Denkt positiv. Vielleicht ist der Helian aus Schokolade. He. He. He.